Breaking News von Marc Marquez erreichen uns an diesem Dienstag, liebe Motosportmagazin.com, Freunde und MotoGP Freaks. Seine Verletzung ist doch schlimmer, als wir es zunächst wussten, dass wir es auch vermuten konnten, wie es mit ihm weitergeht, was das für eine Auswirkung auf die restliche Saison und auch auf 2022 und vielleicht sogar auf seine restliche Karriere hat. Das schauen wir uns in den nächsten Minuten gemeinsam an. Bis jetzt wussten wir ja relativ wenig über die Verletzung von Marc Marquez. Wir haben am vergangenen Dienstag erfahren in einer Presseausendung, dass es am Samstag davor zu einem Sturz beim Offroad-Training gekommen ist, wie wir später erfahren haben, weil das eine Entura-Ausfahrt hier da gemacht hat. Wir wussten, Marc Marquez hat eine Gehirnerschütterung, hat sich tagelang unwohl gefühlt und deshalb hat er auf einen Start in Portimao verzichtet. Am Montag jetzt, vergangenen Montag, gab es eine weitere Untersuchung in Barcelona. Da wollte man eben den Gesundheitszustand noch mal neu evaluieren. Bei dieser Untersuchung, die wurde durchgeführt von Dr. Sanchez-Dalmao, gab es dann leider die Hammerdiagnose für Marc Marquez, und zwar er leidet erneut unter Diplopie. Das ist der Fachbegriff. Laien sagen dazu Doppelsehen. Also Marc Marquez sieht doppelt. Das Ganze liegt daran, dass er sich bei diesem Sturz den rechten vierten Hirnnerv und den Musculus Oblicus Superior, der befindet sich auch in der Augenhöhle, verletzt hat. Das sorgt eben dafür, dass er einfach doppelt zieht, dass er keine richtige Wahrnehmung hat, und das erklärt natürlich auch generell dieses Unwohlsein, Schwindel und so weiter. Also das ist die Diagnose für Marc Marquez. Wirklich ganz heftige Diagnose, die er da erhalten hat. Und die Leute von euch, die schon länger dabei sind, die MotoGP oder die Motorrad-WM verfolgen, die wissen, dass das für Marc Marquez leider kein neues Erlebnis ist, das er da durchmachen muss. Sepang 2011, damals Motor 2 Titelkampf gegen Stefan Bradl. Da ist Marc Marquez heftig abgeflogen und hat sich eben damals die exakt gleiche Verletzung im Augenbereich zugezogen. Auch damals wochenlanges Doppelsehen. Einige Ärzte haben ihm damals sogar das Karriere-Ende prognostiziert, im Alter von nur 18 Jahren damals. Glücklicherweise ist es nicht dazu gekommen, wie wir alle wissen, Marc Marquez ist zu einem der erfolgreichsten Piloten in der MotoGP-Geschichte geworden. So, wie geht es jetzt weiter für Marc Marquez? Er hat sich am Dienstag, nachdem Honda diese Presssaison ausgeschickt hat, in dem wir eben von dieser Diagnose erfahren haben, hat sich nun auch erstmals wirklich zu Wort gemeldet, seit seinem Sturz. Auf seinen Social Media Kanälen hat er geschrieben, das sind schwierige Zeiten für mich, ich brauche jetzt viel Geduld, muss mir Zeit geben und dann sehen, wie sich die Situation entwickelt. Ich habe im Leben aber eine Sache gelernt, man muss solchen Momenten mit Positivität begegnen. Vielen Dank an euch alle für die Unterstützung. Also, Marc Marquez verordnet sich selbst Ruhe, die Ärzte verordnen ihm Ruhe und das bedeutet natürlich, dass er am letzten Saison in Valencia, am kommenden Wochenende nicht teilnehmen wird. Das konnte man schon ein bisschen ahnen, aber er wird auch am Charest-Test, 18. und 19. November dann, der letzte Wintertest, bevor es in die Winterpause geht, auch an dem wird er nicht teilnehmen können. Das ist natürlich für ihn und für Honda besonders bitter, weil man ja den 2022er Prototypen erst einmal testen konnte, also die Einsatzfahrer konnten ihn erst einmal testen beim Misano-Test im September. Jetzt ist der Charest-Test wäre natürlich ganz besonders wichtig gewesen, um dann nochmal eine Richtung zu geben quasi für die Ingenieure, um da eben über die Winterpause wirklich gut entwickeln zu können. Wir wissen alle, Honda hat mit der RC213V jede Menge Arbeit vor sich und die wird jetzt eben mehr oder weniger auf die anderen Einsatzfahrer, Paulus Baguero, Takaki Nakagami, Alex Marquez abgewählt und natürlich auf Stefan Bradl auch als Testfahrer. Also, das auch im Hinblick auf 2022 eine ganz schwierige Situation für Marc Marquez. Wie schaut jetzt die Behandlung genau aus, abgesehen von der Ruhe eben? Ja, Dr. Dalmao, der behandelnde Arzt in Barcelona, hat erklärt, dass man sich für eine konservative Behandlung entschließt. Das bedeutet, es wird vorerst keine Operation geben. Man will den Nervpreis einfach so ausheilen lassen. Wenn wir aber zurückdenken an 2011, da hat man es zunächst auch auf diese konservative Methode versucht, hat sich dann aber nach fast drei Monaten im Januar hat man sich dann dazu entschlossen, eben doch zu operieren. Und dann ging es für Marc Marquez wieder bergauf. Jetzt ist natürlich die Frage, will man dieses Mal wieder so lange zuwarten? Vielleicht funktioniert es auch ohne OP, man weiß es nicht. Aber wenn wir jetzt drei Monate nach vorne denken, dann befinden wir uns schon nach den ersten Wintertests, nach der Winterpause. Sepang ist das wieder, 5. oder 6. Februar. Also allzu viel Zeit hat man da auch nicht, um das Ganze durchzuüberlegen, um abzuwarten. Also ganz schwierige Situation natürlich für Marquez, für das Team, für die behandelnden Ärzte, wie man da jetzt weiter vorgehen will. Ob Marc Marquez überhaupt wieder in die MotoGP zurückkommt, das kann jetzt aktuell wirklich niemand beurteilen. Wir wollen da jetzt auch auf keinen Fall rumspekulieren. Wir wünschen natürlich alles Gute, Gute Besserung, wollen natürlich schnellstmöglich wieder in der MotoGP zurücksehen. Fakt ist aber natürlich, so eine Nervenverletzung im Augenbereich ist etwas ganz Schwieriges, etwas ganz Unangenehmes und vor allem eben auch eine Verletzung, die man jetzt nicht einfach verschrauben kann, wie ein Knochenbruch, den man sonst in der MotoGP oft hat, sondern das muss man eben einfach ausheilen lassen oder eben mit einer komplizierten Operation das Ganze notfalls lösen. Wir wissen natürlich auch, Marc Marquez kann von Verletzungen, von solchen Tiefstegen schnell wieder zurückkommen. Das haben wir in dieser Saison gesehen. Nach fast einem Jahr Pause ist er wieder zurückgekommen, hat mittlerweile drei Rennen gewonnen am Sachsenring, in Osteen und in Misano. Also durchaus möglich, dass er sich auch von dieser Verletzung wieder erholt. Das war's mit den neuesten Informationen zu Marc Marquez. Wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, wie sich sein Gesundheitszustand entwickelt. Machen wir es heute so, wenn ihr Marc Marquez alles Gute wünschen wollt, dann gebt den Daumen doch heute für Marc Marquez und wenn ich mir alles Gute wünsche, natürlich auch gerne mit euch ab in die Kommentare. Schreibt ihm da ein paar Besserungswünsche rein. Wir wollen machen. Marc Marquez natürlich alle möglichst schnell wieder zurück in der MotoGP, egal welchem Fahrer, wann im Endeffekt die Daumen drückt. Das war's für heute von hier. Am Wochenende sehen wir uns natürlich wieder. Saisonfinale in Valencia. Bis dann. Servus. Saisonfinale in Valencia. Bis dann.